Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sims 3. Ich habe mich informiert, wo man die Wände bauen kann. Und zwar nicht unter Kaufen, sondern unter Bauen. Da kann man dann auf Wände gehen und Wand erstellen. Äh... Genau. Ne, einen Raum möchte ich nicht erstellen. Halt, Stopp. Hä? Was? Wand erstellen. Wand erstellen. Hä? Was wollen die von mir? Ja, ich würde dann sagen, wir machen von... Von... Von hier... Bis... Bis wohin geht der? Bis... Da... Ein... So eine Abtrennung. Und... Das war's dann auch schon. Hertig. So, wenn wir es sogar noch ganze... Ne. Halt, Stopp. Ähm... Kaufen. Ohrflächen. Ich habe mich ja schon informiert. Esstisch. Und dann nehmen wir mal... 60... 120... 180... 180... 180... Oder einen mit 250... 180... Na, ich würde schon, dass sie alle an einem Tisch sitzen. Das hätte ich schon gerne. Und zwar dann sollen die alle verliest. Huch, das ist so weit. Da kann ich nicht so viel sehen. Und zwar sollen die alle... Super, dass ich da schon mal eine Wand hingebaut habe. Und zwar sollen die alle... So... Da soll der Tisch hin. Dann wollen wir noch... Ähm... Sitze... Esszimmerstühle. Und da gönnen wir uns mal... Nervenstreichler. Gönnen wir uns mal... Äh, wie machen wir es jetzt am besten? Äh... Na gut. Gönnen wir uns da ein. Wie kriegen wir den jetzt so? Und da passt schon keiner mehr hin. Dann gehen wir uns da ein. Und... Da. Ah, jetzt passt da noch einer hin, oder wie? Und wieso... Wieso passt hier denn keiner mehr hin? Verarschen. Nein. Das war falsch. Nein, das war... Mensch, was ist denn los? Den will ich. So, und den will ich dann... Ja. Nein, nicht da. Nicht da. Dann krieg ich den jetzt. Halt, stopp. Ja. Es wird wieder sehr schlau, dass ich da... Mensch, jetzt komm hier. Da müssen wir uns... Ach. Wo ist er? Da. Da müssen wir den so... Jetzt müsste es aber passen, oder? Nee. Dann machen wir das so. Dann gucken wir das später noch irgendwann mal. Okay. Dann würde ich sagen, wir müssen noch Beleuchtung haben. Wohnzimmerstühle, Clubsessel, Sofas und Zweisitzer, Clubsessel, Wohnzimmerstühle... Äh... Ich würde sagen, das ist unter Beleuchtung. Das könnte schon sein. Ja, und ich würde sagen, wir suchen uns dann eine Lampe in der nächsten Folge aus. Und dann viel Spaß noch bei den anderen Folgen. Schreibt Kommentare, Feedback, gebt mir einen Daumen, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und das war wieder eine schöne Folge, hoffe ich. Euer Jan.